Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 29.400 US-Dollar. Wir sind weiterhin bullisch unterwegs. Wir haben ja gestern oder ich habe gestern ein paar Updates in der Telegram-Gruppe dagelassen. Wir haben leider keinen größeren Abverkauf gesehen und das, obwohl die Non-Farm-and-Payrolls enorm bullisch waren, die Arbeitslosenzahlen enorm bullisch waren und generell die ganze Arbeitsmarktlage in den USA sehr, sehr bullisch ist. Wir haben einen kleinen Abverkauf bekommen, leider nicht in unserer Zielzone. Werden wir uns das auf jeden Fall gleich nochmal anschauen, wie der weitere Fahrplan ist. Außerdem nochmal kurz einen Blick so auf den Daily Close, auch mal ganz kurz gucken und interessant zu wissen, wie dieser war, weil der auch ein bisschen richtungsweisend ist, meines Erachtens nach. Doch bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Gestern leider das Signal nicht, sag ich mal, abgeholt worden. Ist für mich aber immer noch valide. Warum, wieso, weshalb, werden wir uns das im heutigen Video auch nochmal anschauen. Gut, damit würde ich sagen, geben wir direkt rein. 29.400 US-Dollar auf dem 4-Stunden-Chart momentan unterwegs. Wir haben unsere Key-Resistance hier oben immer noch nicht leider durchbrochen. Jetzt ist Wochenende sowieso ein bisschen vorsichtiger agieren. Positionen nicht unbedingt eröffnen oder sollten nicht unbedingt eröffnet werden aufgrund der mangelnden Liquidität, die wir einfach am Wochenende haben und der mangelnden, ja, ich sage jetzt einfach mal, der Manipulation, die einfach am Wochenende deutlich leichter möglich ist. Wir gehen aber erstmal in den 1-Stunden-Chart, schauen uns das mal ganz kurz an, wie es hier aussieht. Da sehen wir auch, okay, hier oben diese Zone, klar, wir hatten einen Stunden-Close drüber, wurden sofort wieder abverkauft. Ziel gestern war ja eindeutig hier unten diese 28.450, 28.460 Marke mit dieser 1-Stunden-Demand-Zone beziehungsweise mit Stop-Loss hier auf jeden Fall unter 28.210. Wir haben dann gestern diesen leichten Abverkauf bekommen, der ging aber nur bis 28.800, trotz eben dieser bullischen Zahlen auf dem Arbeitsmarkt, was die FED natürlich wieder ein bisschen dazu verleiten könnte, hm, okay, erhöhen wir doch nochmal die Zinsen, ist noch ein bisschen hin bis zur nächsten Zinserhöhung, also warten wir jetzt erstmal ab, so wie die nächsten Wochen jetzt immer mal wieder verlaufen, wie die Inflationszahlen sich entwickeln etc. pp. Aber momentan Bitcoin weiterhin bullisch unterwegs und das trotz wirklich wenig Handelsvolumen. Und das ist so dieser Punkt, der mich ein bisschen so, ja, zum Grübeln bringt. Einerseits sagen wir ja seit Tagen immer wieder, okay, Binance-Chart, das Volumen geht raus, wir haben keine richtige Liquidität da rein. Andererseits orientiert sich Bitcoin gegenüber vielen, vielen Altcoins. Man sieht es auch hier, die Altcoins teilweise echt blutrot. Natürlich viel fließt in diesen Pepe-Shit-Coin und sowas. Da fließen Milliarden, mittlerweile hat das Ding, glaube ich, über eine Milliarden-Market-Cap, die halt einfach einerseits anderen Altcoins fehlen, vielleicht mit mehr Use-Case und natürlich auch Bitcoin. Aber Bitcoin kann sich wenigstens in dieser Phase einigermaßen nach oben hin orientieren, auch wenn wir hier keine richtige Liquidität reinkriegen momentan. Altcoins, wie gesagt, momentan echt schwierig, schmieren komplett ab. Bitcoin hält sich da noch trotzdem sehr, sehr solide. Jetzt habe ich aber gesagt, wir gucken mal ganz kurz auf den Daily-Timeframe, schauen uns das wie immer bei Binance an, weil dort eben die meiste Liquidität liegt. Sehen wir auch, okay, Daily-Schlusskurs war eigentlich gar nicht so schlecht. Wir hatten einen Daily-Schlusskurs genau bei 29.510. Minimal höher als dieses Hoch, was wir hier drüben hatten. Also können wir schon zumindest davon ausgehen, okay, einigermaßen bullischer Close auf Daily-Sicht. Trotzdem Weekly-Close ein bisschen höher wäre echt wünschenswert. Also wenn wir Weekly-Close morgen über 29.600 US-Dollar kriegen, wäre das wirklich bullisch. Ansonsten müssen wir da nochmal ein bisschen genauer drauf achten. Aber jetzt diese 10 Dollar, die wir jetzt hier oder 30 Dollar, die wir jetzt höher geschlossen haben, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und ihr seht, Volumen ist einfach komplett im Keller. Jetzt kann es natürlich sein im Laufe des heutigen Tages, dass wir eben diese Daily-Demand-Zone, die jetzt gebildet wurde, zwischen 29.030 und ungefähr 28.700 US-Dollar noch einmal testen. Hierfür gehen wir wieder zu unserem Bing-X-Chart natürlich rüber und schauen uns das auch nochmal ganz kurz an. Also das wäre dann hier unten so dieser Bereich, wo auch so eine kleine Ineffizienz noch auf uns wartet. Die Frage ist, ob wir da wirklich hinkommen. Ich habe gestern, weil ich felsenfest davon überzeugt, okay, wir gehen da runter, war davon überzeugt, okay, wir verdoppeln unsere Position. Für viele, die noch keine Position drin haben, wäre das so der Einstiegspunkt gewesen. Momentan hält aber, wie gesagt, hier dieser Abtrend weiterhin. Wir müssen aber hier echt nachhaltig über diese Marke von 29.600 US-Dollar, auch auf den kleineren Timeframes, um dann einen Step Richtung 30.000 oder 30.200 oder sogar Richtung 32.400 US-Dollar zu machen. Das sind so die übergeordneten Ziele, die wir seit Wochen haben. Mir fehlt aber, wie gesagt, es ist so wirklich ein Zwiespalt momentan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich tue mir schwer, geeignete Setups zu finden. Ich habe es im Livestream vorgestern schon gesagt. Es ist schwer, momentan geeignete Setups zu finden, wegen der wenigen Liquidität, also das wenige Volumen, was hier ist. Komische Marktlage, Meme-Coins halten, verzerren den Markt noch ein bisschen mehr. Es ist nicht einfach momentan, auf jeden Fall. So, wie können wir uns positionieren? Also Short lasse ich jetzt erst einmal über das Wochenende. Dafür ist mir der Markt grundsätzlich einfach noch ein bisschen zu nach oben orientiert. Long-Position müssen wir mal gucken, ob wir noch einmal diesen Einstieg kriegen. Deswegen lasse ich die Position jetzt erstmal noch hier in diesem Bereich auf jeden Fall drin, dass wir hier gegebenenfalls nochmal einen Rücksetzer kriegen. Ziel ist ganz klar dann, hier gegebenenfalls einen Retest bei 29.500, 29.600 US-Dollar zu kriegen und dann zumindest Take-Profit 1 hinzulegen und dann zu gucken, okay, gehen wir dann doch nochmal einen Short ein. Sollten wir nach oben ballern, würde ich ganz ehrlich auch nicht bei 30.200 US-Dollar hier oben Short gehen, ist mir das Risiko zu hoch. Ich würde dann einfach noch ein bisschen weiter abwarten. Für mich momentan die Short-Tendenz einfach zu schwer abzuschätzen. Ich hatte die Woche schon mal einen Short, Take-Profit 1 erreicht, aber auch nur ganz knapp. War dann froh, dass ich draußen bin. Also für mich momentan der Markt einfach überhaupt nicht. Short lässt sich eher weiterhin long orientiert und dann suchen wir uns hier geeignete Setups. Dann rüber zu Ethereum. Ethereum ordentlich, ordentlich gepumpt gestern. Also hat mich auch selber ein bisschen überrascht. Wir sind an die 2018 US-Dollar-Marke hochgekommen. Schauen wir mal, wie die Reise hier weitergeht. Also ein Rücksetzer, sag ich mal, bis hier runter 1.920 wäre sogar echt bullisch. Würde natürlich für Bitcoin auch wieder ein bisschen tiefere Kurse bedeuten, was für uns auch wiederum gut wäre. Wir ziehen uns ganz kurz mal das FIP-Level von dieser Gesamtkorrektur, schauen uns das an und da sind wir genau ins Golden Pocket eben hier reingekommen. Wir haben sogar noch ein bisschen Luft bis hier oben. 2.050 US-Dollar, weil wir hier oben noch diese kleine Ineffizienz haben. Die könnte noch gefüllt werden. Das wäre auch so das Maximalziel, was ich momentan bei Ethereum sehe. Aber dieser Rücksetzer hier unten in die Region 1.920 rum wäre schon mal der erste richtige Step, um gegebenenfalls hier schon mal ein Retest bzw. ein Entry wiederum reinzukriegen. Wir ziehen uns das FIP dazu und da sehen wir auch, okay, perfekt 1.920, 1.924. Sollten wir hier, sag ich mal, im Laufe des Tages oder im Laufe des Wochenendes reinkommen, retest hier rein, Golden Pocket, Stop Loss unter 0786 oder unter diese kleine 1-Stunden-Demand-Zone, die wir hier haben, dann long bis ungefähr 2.050 US-Dollar. Es wäre dann aber auch erstmal hier das Mindestziel, je nachdem wo Bitcoin anzieht, aber momentan Ethereum deutlich, deutlich stärker. Hat mich gestern wirklich überrascht, dass wir hier so einen enormen krassen Papp gesehen haben, aber Position würde ich erst hier in dem Bereich 1.920 eben eingehen, einfach um diesen Retest. Man sieht es ja auch in der Vergangenheit immer wieder, hier Widerstand gehabt, auch hier Widerstand, jetzt das impulsive Breakout nach oben ins Golden Pocket. Retest dieser ehemaligen Resistance Zone wäre jetzt gut, um dann, sag ich mal, ein Higher High wiederum reinzukriegen. Dann wird es dann interessant, schließen wir über dem Golden Pocket mit der 4-Stunden-Kendel, dann kann auch Ethereum deutlich, deutlich weiter steigen und dann sind so Ziele von 2.200 bis 2.300 US-Dollar nicht mehr weit entfernt. Gut, das war es jetzt erstmal zu Bitcoin und Ethereum. Später wird es dann noch einen kleinen Marktausblick geben. Kennt ihr ja, normalerweise die letzten 2 Wochen ist ausgefallen, aber heute legt man wieder richtig los mit DAX, S&P 500 etc. pp. Die ganzen Marktausblicke kommen jetzt auf jeden Fall heute Nachmittag dann online, freue ich mich drauf endlich wieder. Und dann würde ich sagen, war es das erste Mal von meiner Seite. Wie gesagt, später Marktausblick und vielleicht noch ein kleiner Altcoin, aber muss ich noch gucken, ob das kommt. Vielleicht noch so ein kleiner Meme-Coin habe ich noch vorbereitet. Das kommt heute auf jeden Fall noch online auf den Zweitkanal. Könnt ihr euch freuen. Wer den ganzen Meme halt momentan ein bisschen verfolgt, weiß, da geht einiges. Gut, dann würde ich sagen, warst du es von meiner Seite. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen, wenn ihr Bock habt auf Updates, Signale oder sonstiges. Und auch gerne meinen Partner BingX abchecken. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, wenn ihr ein paar Free-Trades ergattern wollt. Gut, dann würde ich sagen, bis später und ciao, ciao. Wie immer, stay crypto.